Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Wir sind in der letzten Folge in Baldurs Tor angekommen, nachdem wir das fürchterliche Ulgorsbad hinter uns gelassen haben. Aha, hier gibt es zwei Schankräume. Kommt ihr denn mal alle mit nach oben? Hm. Vielleicht gibt es hier oben ja noch etwas Interessanteres. Tatsächlich, das sieht eher aus wie so ein Spielraum. Äh, eigentlich will ich gerade nichts trinken. Deswegen gehen wir einfach wieder. Und schauen uns mal die Stadt ein bisschen weiter an. Und es regnet. Was haben wir hier? Billigladen, glückliche Arello und Silence Laden. Gehen wir mal erst in den Billigladen und gucken wir mal, was da so drin ist. Ähm. Mal gucken. Ja, interessante Personen scheinen hier noch nicht zu stehen. Hm. Die Musik ist irgendwie voll episch hier. Ähm, glücklicher Arello oder Allo. Hallo Leute, willkommen beim glücklichen Arello, wo die Preise so niedrig sind, dass eigentlich etwas nicht stimmen kann. Keiner verkauft billiger als ich, weil keiner billiger einkauft. Wenn ihr irgendwo die Sides von Colum's Ham etwas billigeres seht als bei mir, dann bringt euch das Produkt wahrscheinlich auch um. Was soll ich euch besorgen? Also ihr habt die billigsten Waren in der Gegend? Hm, wie ist der mich mal um? Hm. Hm. Aha, ein Zweihänder und ein Kampfstab. Beides nicht identifiziert. Ich habe aber auch noch unidentifizierte Sachen. Warum habe ich die? Äh, Schutzumhang plus 1. Braucht tatsächlich ja keiner von uns. Genauso wie ich wie den Plattenpanzer. Deswegen, Bastard Schwert plus 1 wird leider auch nie jemand brauchen können. Deswegen verkaufen. Ja, und das Elfenkettenhemd, darum ist es eigentlich schade. Deswegen Wächter mit. Ähm, Edelsteinbeutel. Die zwei Sachen können auch mal eben weg. Das Langschweil plus 1 behältst du mal. Die Robe des Abenteurers kann weg. Und die Feuerschutzrobe eigentlich auch. So, aber nett Geschäfte zu machen. Allerdings. Gehen wir jetzt ein... Kann ich hier einfach so ran? Ich quicksafe einfach mal. Ja, okay. Es... Ja, schnell mal geladen. Zum Glück habe ich gespeichert. Dann schauen wir uns mal Silence Laden an. Und auch alles nur Bürger Silence Laden. Die Frage ist... Da ist der Eingang. Hallo? Ach, da ist Silence. Sie ist nicht nur still, sondern auch unsichtbar. Kinder der Nacht auf Abwägen habt... Habe ich recht? Nun, ihr seid uns willkommen, sofern ihr euch zu benehmen wisst. Für gewöhnlich hat der Schutz, den wir unseren Gästen gewähren, seinen Preis, der sich pro Kopf berechnet. Doch darüber will ich heute einmal hinwegsehen. So wünsche ich euch denn einen angenehmen und vor allem sorgenfreien Auftrag. Achso, ah, okay. Das ist also auch eine Unterkunft. Für Gesetzlose. Wurffeile plus eins hast du. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Kugeln plus zwei. Wie viele hast du da denn noch? Vier sind ja ein Stack. Dann holen wir nochmal zwei Stacks davon. Kaufen. Profile plus eins. Gerade mal fünf. Ähm... Ähm... 15,50. 12,15,60. 70. 80, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Okay, ich kann scheinbar nur 16.000. Einmal kaufen. So, dann hätte ich gerne nochmal 16.000. Die sind auch gar nicht so teuer. Ähm... Und ich hätte gerne nochmal... Huch... Ja, jetzt sind wir noch 15. Haben wir nämlich auch für Rast... Äh... Bärlauf mal wieder ein paar Stacks Wurffeile. Kann auch direkt mal nehmen. Anstatt die Verletzungsfeile. Wenn die Verletzungsfeile natürlich gut sind. Äh... Möchte ich da doch lieber sparen. Was für Kugeln benutzt du eigentlich im Moment? Kugeln plus eins. Das ist ja eigentlich widerlich. Nimm mal die plus zwei. Sie ist ne... Mittlerweile recht gute Ferncap drin eigentlich. Also... ETW 011. Das ist nur ein schlechter wie immer. Und sie macht mehr Schaden. Da hat sie... Bärlauf ein bisschen was... Äh... Voraus. Ja gut. Das... Äh... Der Vorteil, den sie ja hat... Ist, ähm... Dass sie einmal durch die Schleuder ihren ETW 0 erhöhen kann. Elfengesang. Das schau mal auf in deiner Kneipe. Also einmal halb durch den, ähm... Na? Bin ich schon wieder raus. Durch die Schleuder an sich ihren ETW 0 erhöhen kann. Und durch die Munition. Also eigentlich denselben Vorteil, den... Immonen auch hat. Aber hier zum Beispiel... Bärlauf kann ja nur über die Waffe an sich den erhöhen. Deswegen der eigentlich automatisch schlechter ist. Einmal hier reingelookt. Hier ist natürlich nichts. Wen wundert's? Was willst du? Wer... Quatschen wir uns an? Das hier ist ein guter Ort zum Feiern. Oh, die Musik von den Charakteren ist immer so... Äh... Großartig! Lass uns ein Fest feiern! Ähm... Was feiern wir nochmal? Dein Geburtstag selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch, Angosch! Hmm... Oh, ich schätze heute so gut wie irgendwann. Darauf kannst du wetten. Das Tolle daran, nicht zu wissen, wann man Geburtstag hat, ist, dass man ihn feiern kann, wann immer man will. Sollen andere Leute ihren langweiliges jedes Jahr am gleichen Tag Geburtstag haben? Meine Methode ist lustiger. Und hier für dich? Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Äh... Ich weiß, dass wir Unmengen an Geld und so haben, aber ich wollte nicht unser Geld für dein Geschenk ausgeben. Also habe ich es selbst gemacht. Wie findest du es? Äh... Es ist wunderschön, Imon. Äh... Was ist es denn? Das ist eine Heilskette, du Trantüte. Oder... Oder ein Amulett, wenn du... Äh... Oder ein Amulett, wenn du willst. So soll das bestimmt heißen. Hier, ich lege es dir an. Er ist perfekt für dich. Betont deine Augenfarbe und passt wunderbar zu jeder Kleidung. Iiii. Und dieser Teil hier, diese Teile, sie stammen... Sie gehörten Gorion. Ich hab sie gefunden als... In der Nacht... Ja, du weißt schon. Ich hätte es dir schon früher gegeben, aber es war alles kaputt. So traurig. Also habe ich eine Heilskette draus gebastelt. Sie hat ein paar schöne Steine und einigen Perlen und einen feinen Seidenfahnen, den ich aufgeschoben habe. Viel Zeug, weißt du? Ich hoffe, du magst sie und tragst sie auch okay. Sie wird dich beschützen. Gorions Geist und dergleichen. Ähm... Sie ist wunderbar. Ich werde sie immer tragen, Immone. Vielen Dank. Sicher, zum Teufel. War keine Mühe. Das war lang nach einer Runde Getränke und einem Kuchen. Und Kerzen. Guck, hat er einen Gegenstand gewonnen. Du hast ja eh noch kein Amulett. Gorions Amulett. Immone gab angeschwieses Amulett als Geburtstagsgeschenk. Das Herzstück ist ein goldener Anhänger oder eine Artenstecknadel, von dem Immone sicher ist, hätte einst Gorion, eurem Vater, gehört. Er muss ihn gut versteckt haben. Habt ihr ihn doch nun... Doch noch nie zuvor gesehen. Der Rest besteht aus bunten und glatten Kieselsteinchen, kleinen Edelsteinchen, Schmucksplittern und anderen metallischen Krimskams. Alles ist zusammengehalten von einem dünnen, aber starken, seienden Faden. Auf der Rückseite des größten Teils des Amuletts steht in Immones unverwechselbare Handschrift folgendes geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Angosch. Mit Liebe, Immone. Immone wird sicherlich nie zu einer Meisterin in den Schmuckschmieden werden. Aber diese Kette ist sehr geschickt zusammengefügt und es haben offensichtlich eine Menge Arbeit und Sorgfalt zu ihrer Entstehung beigetragen. Alles in allem ist es ein sehr süßes Geschenk. Er kann nicht verwendet werden von einem Magierkiller. Ah, nochmal die Rüstungslasse runter, also äh... Kann ich die Rassat geben oder ist Immone dann böse? Ja, Rassat hat es einfach nötiger. Huch, wer bist du denn? Ei, ihr seid also alle Kämpfer und Magier und Monstertöter, wie? Wir mögen nicht alle Kämpfer und nicht alle Magier sein, aber jeder von uns hat schon ein Monster in seinem Todeskampf geschickt. Warum, fragt ihr? Entlang der Straße sieht man Räuber aller Arten, doch am schlimmsten sind die Hopgoblins. Tut es einen Gefallen und durchbohrt sie mit dem Schwert. Das war jetzt aber scheinbar keine Quest. So, wir haben hier Breflik. Willi. Ach, Willi ist ein Bade. Und ein Magdschankwirt. Tja, reden wir mal mit, äh, Breflik. Hallo, pst, pst, äh, ähm, 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 guten Tag. Tja, dürft ihr vielleicht ganz kurz um eure geneigte, ähm, Aufmerksamkeit bitten? Oh, das ist ganz schön interessant, wie? Oh, Moment, ihr findet das wahrscheinlich nicht. Ihr erkennt wohl sowas schon. Äh, ja, nun, ähm, ihr, ihr, äh, naja, wie soll ich mich ausdrücken? Ihr sucht doch bestimmt Arbeit. Will sagen, ich hätte was für euch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hätte einen kleinen, äh, Auftrag für euch sozusagen. Einen Auftrag, aber oberste Geheimhaltungsstufe, wie man wohl in euren Kreisen zu sagen pflegt. Ähm, verstehe ich euch richtig? Ihr wollt, dass ihr etwas tue, worüber ich nicht mit Stolz berichten kann? Nein, so ein Quatsch. Ähm, ich bin nicht so einer. Äh, sprecht euch aus, mein Herr, dann kann ich vielleicht verstehen, was ihr meint. Ich würde eure Fähigkeiten gerne für einen, äh, ganz speziellen Dienst in Anspruch nehmen. Selbstverständlich verlange ich nichts Ungehöriges von euch. Und ja, ein klein wenig ungehörig ist es am Ende vielleicht doch. Oder sagen wir lieber, äh, ungesetzlich? Hm. Wie ist die Lage, mein kleiner Freund? Sagt da der Zwerg. Das nenne ich Entschlossenheit. So ein kleines Eigentumsdelikt hat noch keinem geschadet. Naja, mir jedenfalls wird es nicht schaden. Am liebsten wäre es mir, wenn bei dieser kleinen Aktion auch niemand anderem was zuschüssen würde. Es geht einfach nur um den, äh, Leierwerb des fraglichen Gegenstands. Und ich erwarte mir von euch, dass ihr dabei so taktvoll wie nur um irgend möglich vorgeht. Es handelt sich um ein gaunder Stück, das ein Danilo Sun aus tiefwasserwürdig wäre. Und ich bezahle euch gut dafür. 500 Goldmütze für eine einzige Nachtschicht. Zu lang inklusive, wenn das kein Angebot ist. Ähm. Tatsächlich will ich, ähm. Nee, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Rollen spielen. Und tatsächlich passt, äh, Diebstahl jetzt nicht so wirklich zu unserem Angosch. Äh, ich hab keine Lust von einer Gefängniszelle ausberühmt zu werden. Stellt euch mitsamt auch ein Angebot zum Teufel. Verstehe sehr wohl, was ihr mir damit sagen wollt. So muss ich mich dann wohl anderweitig nach Unterstützung umsehen. Das dürfte nicht sonderlich schwierig sein. Vielleicht erklärt sich ja der freundliche Herr bereit, mit dem ich beim Hereinkommen zusammenstieß. Ausnehmend, äh, höflich war er. Wie ein Heiliger geradezu. Hatte es wohl sehr eilig. Gute Güte. Ähm, mir scheint ich aber meinen Geldbeutel verlegt. Sieht aus, als seien die Bändle gerissen. Merkwürdig. Nicht weiter schlimm. Ich werde dem Gastwirt meine Lage erklären und ihn freundlich um Stundung ersuchen. Das sollte kein großes Problem sein. Man ist mir bislang über alle sehr zuvorkommend begegnet. Ja, schön, dann wirst du ja irgendwen finden. Nee, tatsächlich, ich hab... Weiß nicht. Klauen passt jetzt nicht so wirklich dazu. Seid willkommen, Reisende. Ich hoffe, ihr lasst eure Waffen so, wie sie sind und macht hier keine Ärger. Besser ist das. Ihr werdet merken, dass die meisten unserer Kunden sich sehr wohl recht gut selbst verteidigen können. Wenn es nötig ist, auch die Theke. Kann ich etwas für euch tun? Ja, vielleicht. Ähm... Tangiers Bockbier. Und Dorn ist besoffen. Ha, sieht aus, als wäre das Eisenproblem in Neschke gelöst. Eine Gruppe von Söldnern ist in die Mine rein und hat damit der Ursache des Ärgers aufgeräumt. Tapfere Leute, so einfach da reinzugehen und zu bekämpfen, was auch immer da unten war. Ich hab das noch nie richtig gemacht mit den Gerüchten. Schauen, was wir sonst da erfahren. Die Gemeinschaft der sieben Sonnen hat sie in letzter Zeit sehr sonderbar benommen. Sie scheint es darauf abgesehen zu haben, Geld zu verlieren. Selbst so ein einfacher Schankwirt wie ich kann sehen, was für dumme Entscheidungen sie manchmal treffen. Der Eisenthron wird darum aber wohl kaum Tränen vergießen, denn jeder Fehler der sieben Sonnen bedeutet mehr Geschäft für sie... äh für ihn. Hm, sollten wir uns mit den sieben Sonnen dann verbünden? Wo Eisen so knapp ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie die flammende Faust sie weiter für Ordnung sorgen soll. Ohne neue Waffen und ohne eine Rüstung, das kann nicht gut gehen. Seitdem der Eisenthron im Herrenhaus im Südwesten gezogen ist, passieren sonderbare Dinge. Ich weiß nicht, was es mit dem Gebäude auf sich hat, aber mir jagt das Schauer mit den Rücken. Angosch hält ja richtig viel aus. Ich hab von den Helden von Eschke gehört, ein paar gute Leute. Söldner heißt, es haben alle Probleme in der Stadt gelöst. So, Angosch ist jetzt auch besoffen. Äh, und ihr trinkt bestimmt alle nix, von daher... Wir schlafen noch einmal königlich unseren Rausch aus. So, wir gucken mal hier in den Zimmern, ob noch irgendwer da ist. Hier in die Küche rein. Ne, hier ist niemand. Doch, da ist wer, aber nur ein Bürger. Ich geh mal die Treppen hoch. Vielleicht steht da oben wer noch vom Belangen. Söldermak. Ist das nicht der, der uns angequatscht hat? Kann ich euch helfen? Wenn nicht, verschwindet schnellstmöglich. Ich habe gerade meinen Spaß, da lasse ich mich nur ungern unterbrechen. Es tut mir leicht, euch zu stören, Freund. Ich ziehe gleich weiter. Da du einen Namen hast, gibt es bestimmt irgendeine Quest mit dir. Vielleicht bist du ja auch derjenige, den wir beklauen sollten. Ein Raufbold. Dann habe ich ihn gegen seinen Kopfträder. Bist du da, oder? Hau ab, Schwachkopf. Sehen einfach aus, als ob wir mit euch reden wollen. Er gehört bestimmt zu dem Typen hier. Wieso kann ich mir vorstellen, dass wir bald mal in den Kaufmann, bald mal in den Kampf verwickelt werden? Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Habt ihr Interesse an etwas aus meinem Sortiment? Ich habe mich bemüht, die Preise trotz der Knappheit mancher Waren niedrig zu halten. Na, lasst sehen, was ihr anzubieten habt. Ein Schutzamulett plus eins. Sehr interessant. RK-Bonus minus eins. Äh... RK-Bonus, ja... Dürfte allerdings keinem von uns behelfen. Ein Schildamulett. Achso, das, äh... Gilt aber nicht dauerhaft. Schade. Wäre natürlich cool gewesen. Aluf. Alles, keine Ahnung. Auch wie eine Diebene aus. Guten Abend allerseits. Ich bin Alice, Eigentümerin und Besitzerin des Elfengesangs. Ich hoffe, dass Elfengesang bietet, was ihr sucht, was auch immer das sein mag. Ich würde mich an eurer Stelle vor der Kundschaft in Acht nehmen. In letzter Zeit sind alle etwas gereizt. Hm... Äh, abgesehen davon, dass alle ein bisschen verhemd aussehen, erscheinen sie mir recht normal. Was haben wir hier zu befürchten? Das Elfengesang ist so etwas wie ein Zuflussort für die nicht so anerkannten Schichten der Gesellschaft. Die Stadtwache macht einen weiten Bogen um uns, hauptgleich wir nicht völlig schutzlos sind. Ein Diebstahlproblem haben wir kaum. Sind unsere Kunden doch schnell bereit, mit der Klinge zu antworten. Im Normalfall kommen viele Gäste nicht mehr wieder, aber die klug bleiben bei uns. Okay. Vielleicht könnte das mal eine wichtige Verbündete werden, wer weiß. Ich bin ja generell mal gespannt. Wie sieht das hier alles aus? Oh, ja gut, vielleicht sollten wir... Warte, wie viel Uhr haben wir? Erste Stunde, ja. Nochmal kurz nächtigen, diesmal nur wie ein Bauer. Einfach nur um die Zeit eben rumzukriegen. So, damit hier auch wieder Betrieb auf den Straßen ist. Könnt natürlich jetzt in jedes x-beliebige Haus rein, aber... Das wäre jetzt irgendwie auch nicht so ganz Sinn der Sache. Huch, äh, drückt dauernd die falsche Taste. Da haben wir was. Ist das ein wichtiges Gebäude? Scheiben wir nicht. Hier haben wir noch Malzwaffengeschäft. Und Mick Feely. Eilige Nachricht, eilige Nachricht. Muss die Großherzöge von der Befreiung der Minfone Nashkel in Kenntnis setzen. Sie müssen erfahren, dass die Eisenversorgung wieder gesichert sein wird, sobald die Handelsstraßen sicherer sind. Eilige Nachricht. Eine Nachricht, über die wir uns tatsächlich freuen können. Ein Gemischtwarenladen. Ich dachte, das wäre der Waffenladen. Ja, Malzwaffengeschäft. Steht da zumindestens. Bist du Malz? Hallo Malz. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Hallo, seid gegrüßt. Ich bin Malz. Ich weiß, das hier sieht nicht gerade aus wie ein Laden, aber für mich ist es gerade recht. Was kann ich für euch tun? So, hast du irgendwas Interessantes? Tatsächlich nicht, aber du... Du hättest einen unbegrenzten Vorrat an Wurffeilen. Das ist cool. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Vielleicht sollte ich da mal... zwei Stacks mitnehmen. Nur für den Fall der Fälle. Falls uns mal akut welche ausgehen sollten. Das ist cool. Es gibt dann doch unbegrenzte Wurffeile. Vielleicht sollte ich eh... Also... Ich hab mir eh mal gedacht, falls ich das Spiel nochmal selber spielen sollte, dann würde ich doch... Die Tür dieses Hauses fällt schon aus dem... Ihr nehmt an, dass es schon seit Jahren unbewohnt ist. Ähm... Ja, was ich sagen wollte, wenn ich das für mich nochmal nochmal spielen würde... Ist verschlossen. Würde ich, glaube ich, äh... schneller versuchen, Baldurs Tor zu erreichen und... weniger vorher die Gegend erkunden. Ich weiß nicht, ob das mir Sinn macht. Müsste man einfach mal gucken. Wäre auf jeden Fall gut, hier den Vorhaut zu erreichen. Dann könnte ich, äh... Müsste ich mir weniger Gedanken machen um die Wurffeile. So, allerlei Zauberei. Welcher toller Name doch. Vielleicht sollte ich... auch mal hier die Straßen rausgehen. Gehen wir mal rein. Oh, du Linian. Ah, ein erschöpfter Abenteurer. Die Straßen dieser hübschen Stadt sind mit Narren gesäumt, nicht wahr? Und zwei der größten davon sind Archion und Nemphre. Nekromanten, die sich über der Klunker und Flitter von wenig Wert oder Nutzen streiten. Lasst euch sagen, diese beiden bringen euch nur Ärger ein. Besser, ihr haltet euch von ihnen fern. Archion und Nemphre. Halbazardrinnen. Ja? Welchen haben wir denn da? Wollt mal die Waren vom alten Halbazard sehen. Dann macht schnell und keine Schwierigkeiten, wenn wir über die Bezahlung reden. Ihr wusstet ja schon beim Reinkommen, dass meine Ware magische Kräfte besitzen. Hervorragende Waren verdienen auch einen hervorragenden Preis. Ja, dann lasst mal sehen, was ihr habt. Ah, du hast magische Waffen... Oh, ein Flege plus zwei. Dreitags plus eins. Einen einfachen Lederharnisch. Ist das ja gar nicht so. Feuerfeile plus zwei. Pfeile der Detonation. Was ist das denn? Oh, Schaden. 6w6 Feuer. Die sind ja mal interessant. Todesfeile. Wird ein Ogamagus gestroffen. Stirbt dieser sofort. Kann ich ein Ogamagier sofort betöten. Gewitterbolzen. Auch sehr interessant. Plus vier WW... Äh... Exzität. Die Tränke sind jetzt weniger das, was ich will. Ein paar Schutzformeln hätten wir hier. Okay, ein paar Zauber. Teleportationsfeld. Grad 4 mit Hilfe dieses Zaubers erzeugt der Anwender ein Teleportationsfeld innerhalb der Reichweite. Alle Wesen im Wirkungsbereich des Zaubers werden während der Wirkungsdauer wahllos durch die Gegend teleportiert. Der Zauber ist vor allem sehr nützlich, um große Gruppen vom Feind durcheinander zu bringen, so dass der Anwender genug Zeit hat, seine Verteidigung oder seinen Angriff vorzubereiten. Ähm... Aber alle Wesen, das heißt auch wir selber, das ist natürlich nicht ganz so gut. Hier habe ich noch ein paar Stäbe. Stab des Schlafes. Hm. Ja, entschuldigt, wenn das hier nicht so jetzt die spannendste Folge wird. Ich will mich halt so ein bisschen orientieren. So, ich hätte gerne die Feuerpfeile. Dafür würde ich jetzt auch mal die Pfeile plus 1 verkaufen. Ja, ganz ehrlich, so viel benutzen brauche ich ja dann nicht mehr. Dann gerne nochmal 16 waren ein Stack. Dann mal 32 nochmal. 4.800. Nur für Pfeile ist eigentlich ganz schön viel, aber naja. Mal zwei Stacks Feuerpfeile erhalten. Die werden wir bestimmt nochmal brauchen können. Hier geht eine Treppe nach... Achso, das ist nur zu den Büchern hier. Sieht aus wie bei... Also so ähnlich wie bei der hohen Hecke aus. Da können wir nach oben. Schauen, ob der Laden da weiter geht. Oder ob es da nur zu den Privatgemäßern weiter geht. Niemal eben. Sieh mal an, was war ein niedlicher Abenteuer. Fällt einfach so bei uns ein. Wir sind hier bei der Vorbereitung eines Rituals. Und das habt ihr jetzt zum Nichte gemacht. Was meint ihr, dass hier ist ein Lade und ich bin ein Kunde? Vielen Dank für diese interessante Demonstration von Primatenlogik. Und jetzt haut ab. Ähm... Die zweite Antwort ist so lang, ich muss sie einfach nehmen. Zur Reformation. Eine Reihe bedeutender Soziologen und Psychologen hat postuliert, dass Läden in einer Zwischenspäre stehen, die ihrem Wesen auch weder privat noch öffentlich sind, sondern Elemente vorbeinandelt. Schaumfelser Auslagen betrachtet man zum Beispiel am besten als geistige Konstrukte, die in das öffentliche Bewusstsein projiziert werden, um eine Massenkonformität zu erzeugen, die allein aus der vermeintlichen privaten Domäne der Verbraucherentscheidung abgeleitet ist. Ja, genau. Die Antwort ist so geil, um sie nicht zu nehmen. Puh, das macht ja einen wirklich verrückt. Anhalten, anhalten, verdammt. Scheiße, scheiße. Du bist ja ein komischer Kauz. Ja, das weiß ich selber. Stirb. Was wollt ihr denn? Ähm, wo wir schon dabei sind. Stirb. Was ist es diesmal? Und du da unten. Stirb. Dorn kann den zerhacken. Angos geht auf den drauf. Und, äh, Dingens hilft ihm einfach mal. Ach du Gott. Das sind ja mal mega viele. Ähm, okay. Leute, ich hab keine Ahnung mehr, wer hier, wer ist. William Grast. William Grast ist schwer verletzt. Dann kümmer du dich mal um den. Ihr haupt mal. Achso, du hast auch Angst. Okay. Dorn hat einfach einen aus den Latschen gehauen. So, Melch's Säurepfeil hat, äh, Dorn erwischt. Das ist natürlich unschön. Okay, Dorn hat hier einen sehr kurzen Prozess mit den Jungs gemacht. Okay, 10.000 Drogen leider. Magische Wurfffeile. So, ein Mist. Nein, äh. So. Gib mal ein bisschen schon mal was an Immerun weiter. Zaubererobe und einmal den identifizieren. Zauber, einen magischen Dolch. Haben wir hier auch noch. Auch mal direkt an Immerun weiter geben. Ein Dolch plus 1. Eine Zaubererobe. Eine Feuerschutzrobe. Die konntest du zum Glück identifizieren. Eine Schurkenrobe. Ah. Geht. Dann ganz viele Zauber. Identifizieren. Einmal die Formel. Stab des Feuers. Kannst du mal nehmen, auch wenn du gerade noch nicht wieder aufnahefähig bist. Was ist denn mit dem Schwert? Ein Langschwert plus 1 ist das. Ist das cooler? Nö. Ein ganz normales. Okay. Ach, du kannst doch sowieso nichts identifizieren. Warum versuche ich das? Obwohl, der Schraben ist. Obwohl stört das keinen, dass wir hier die Magier umgenietet haben. Okay. Eine Kälteschutzrobe. Immerhin. Täubungspfeile und noch mehr Sachen zum Identifizieren für dich. Dieser Charakter ist zu weit entfernt. Dann nimm du den. Komm, nimm einfach. Den Ring. Ungeschicklichkeitsring. Das ist einfach Fluch der Ring. Den ich nicht haben will. Und zwei Roben noch. Mal weit. Zwei Schutzroben. Kannst du Magie bannen? Hilft das? Oder geht nur Furcht bannen? Nein, Magie... Ah, Magie bannen geht auch. Endlich mal was, wofür der Zauber nützlich ist. Ja gut, jetzt war es sowieso vorbei. So, die Schriftrollen lasse ich einfach mal hier liegen. Kann ich mir ja irgendwann mal holen, sollte ich sie brauchen. Versucht, das zu verhalten. Da oben waren so ein paar Idioten, die wollten uns töten. Das interessiert dich nicht. Vielleicht interessiert dich das. Nö. Schön, dass das keinen juckt. Dass wir gerade irgendwen umgebracht haben. Das passiert ja so ab und zu mal. Wir gehen mal ganz schnell wieder in den Elfensang. Und rasten einmal. Können auch bei dem Händler hier oben dann verkaufen. So, einmal königlich schlafen. Dann verkaufen wir mal unser ganzes Zeugs. Ja, ich versuch's ja schon, Dawn. Ist gar nicht mal so einfach. So, dicker Kaufmann. Bitte kaufe unsere Sachen. Ah, du kaufst so wenig. Hier mal Brandtöl da. Nutze ich eh nicht. Dulux Cake behalte ich. Langschweil plus eins kaufst du. Toll. Ähm... In der Verletzungsweile kannst du mal abgeben wieder. Langbogen, da treffst du hier. Hier ein Deutsch plus eins. Ist sowieso nix wert. Ja, du hast hier oben. Abwehr am Schützer acht. Braucht hier keiner von uns. Scheinbar nicht. Wenn doch, wäre es jetzt auch zu spät. Einmal raus hier. Und... Dann einmal kurz die Straße hier runter, um vielleicht zu gucken, ob wir neue Gebiete freischalten. Weil das ist ja hier noch nicht alles vom Baldurstor. Das wäre ja ziemlich ernüchternd, wenn es so wäre. Da kommt Leute, alle mal ein bisschen einen Gang zulegen. Ja, hier kommen wir in den mittleren Teil. Schade, dass sie keine Namen haben, wie Händler, Fiddle oder sonst was. Da muss ich mir ja merken, wo hier was alles war. Schauen wir noch... Was? Ich hatte gerade echt erstmal gedacht, und wer hätte Halt gerufen? Niklos. Wer bist du denn? Hida, wartet mal! Ihr müsst euch was erzählen! Und was denn? Ihr seid doch Söldner, nicht wahr? Und keine Üblen obendrein. Ich habe sowas in der Richtung zu hören. Es heißt, ihr übernehmt hier und da einen oder anderen Auftrag. Mein Chef würde sich gerne mal mit euch unterhalten, falls ihr gerade Zeit habt. Es sind viele andere Besprechungen mit euch gelegen, und er will sich 50 Goldmünzen kosten lassen. 50 Goldmünzen nur fürs Zuhören, ein gutes Geschäft geht voran. So ist recht, folgt mir einfach. Ich zeige euch den Weg zur Gilde. Wenn ihr nach dem Kennwort gefragt werdet, das lautet... Verwirrt! Wenn ihr dann in der Gilde seid, sucht einen Mann namens Alatos Ramalt... Äh... Tübult. Gilde klingt nach Diebeskram. Auch eigentlich nix für Angosch. Taverne Keksi und Eingang zur Diebesgilde. Äh... Dann gehen wir doch mal in die Diebesgilde rein. Ne, Eingang zur Diebesgilde, das ist hier zwischen. Einmal rein. Denkt man zumindest so, oder war es doch das? Eda, was tun ihr hier? Ihr solltet hier verschwinden. Ne, es sei denn, ihr wisst das Kennwort. Ja, ich weiß das Kennwort. Oh, ihr wisst das Kennwort? Also, spuckt's aus. Ja, verwirrt. So ist es richtig, Kollegen. Ihr könnt jetzt alle reingehen. Geil. Äh, Standardkram. So, da könnten wir hin. Schauen, was das bringt. Wer bist du, Schurke? Gewöhnlich interessieren die lokale Angelegenheiten nicht die Bohne, aber im Moment kann ich wegen der Eisenknappheit nicht mal neue Greifklammern kaufen. Das ist ja doof. Die braucht man bestimmt als Schurke. Wer von euch hat den Namen? Narlen Finsterpirsch. Ja, ja, ich weiß schon, wer ihr seid. Die neuen Kollegen, vermute ich mal. Keine Ahnung, was das nun wieder soll. Es gibt hier mehr als genug Leute, die ihr Diebeshandwerk von der Pike aufgelernt haben. Alathos bräuchte sich nur mal umsehen. Ich wäre dafür, dass wir erstmal einen kleinen Test mit euch machen, bevor ihr irgendwelche Unfug ansteppt. Wie sieht's aus? Ähm. Oh, Entschuldigung, ich hab nicht zugehört. Was sagt ihr dir? Puh, Deibel. Und du willst ein Dieb sein? Allein schon das geschwollene Geschwafel. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Zisch ab, du Scherzgeks. Oh, ich mach dir Beine. Meine Falle. Ja, ich hab auch tatsächlich... Es wären Erfahrungspunkte, aber... Eigentlich, ich hab keine Lust, irgendwie mit der Diebesgilde zusammenzuarbeiten. Das passt einfach nicht zu meinem Charakter. Willkommen, meine kleinen Freunde. Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Es besteht kein Anlass zur Feindseligkeit. Ich muss hier nicht für Nikos betragen. äh, Nikos betragen, entschuldigen. Übermäßige Zuvorkommenheit steht in einer Diebesgilde sicherlich nicht an. Doch man muss die Leute nicht um jeden Preis leicht vor den Kopf stoßen. Ich bin Al-Alatos-Tuybult. Doch würde ich euch bitten, das nicht allzu oft zu erwähnen. Ihr seid Angosch, das ist mir bereits bekannt. Ich kenne so gut wie jeden im Baldustor. Ihr seid ja jetzt seit ein paar Tagen hier und habt bereits für viel Aufsehen gesorgt. Hm... Das ist eine ziemliche Ehre, dass einer wie ihr an meinen Reisen interessiert ist. Ich bitte euch, spart euch eure schmeichelhaften Ausführungen für andere Gelegenheiten. Ein grober Klotz, wie ich weiß, damit gar nichts anzufangen. Ihr habt noch nie von mir gehört und mir ist vollkommen egal, wohin euch eure zukünftigen Wege führen mögen. Solange ihr euch aber in dieser Stadt aufhaltet, muss ich mich mit euch befassen. Ich würde mir gerne eure Fähigkeit zur Nutze machen. Und euch einen kleinen Auftrag erteilen, für den ihr euch insbesondere deshalb eignet, weil ihr in dieser Stadt noch relativ unbekannt seid. Das erste ist eigentlich ziemlich gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unter den Mitgliedern einer Diebesgilde viele zu finden sind, die zu allem fähig sind, was man von ihnen verlangt. Die Gefahr, erkannt zu werden, ist von geringer Bedeutung, wenn man fähig ist, sich unsichtbar zu machen. Warum braucht ihr uns? Scharfsinnig. Sehr scharfsinnig. Ich verfüge in der Tat über eine große Anzahl außergewöhnlicher, fähiger und tapferer Leute, doch viele machen derzeit Urlaub in der Garnision. Der Räuber wegen war die Garde in letzter Zeit äußerst wachsam und so konnte es ihr gelingen, einiger meiner, wie ich neidlos zugestehen muss, besten Leute zu schnappen. Zum ersten Mal seit Bestehen der Gilde haben wir darum, mit einem Mangel an Diemen zu kämpfen. Tatsächlich bin ich nicht an Diemen interessiert, es können nützliche Verbündete sein, aber vor allem, weil ich nicht weiß, wie so die Quests ablaufen und ich auch immer noch nicht so gut auf hier verstecken und sowas geskillt habe. Deswegen, wir sind weder an eurer Organisation interessiert, noch daran für sie zu arbeiten. Tut mir leid, aber ihr müsst euch woanders umsehen. Ganz so einfach ist es nun leider doch nicht, versteht mich nicht recht, man hat euch bis ins Heilerheiligste der Gilde vorgelassen. Ihr kennt nun mich und habt etliche andere Mitglieder zur Gesicht bekommen. Ich glaube zwar nicht, dass ihr von den Kenntnissen wieder profitieren könnt, doch solltet ihr der Garde in die Hände fallen, wäre das für mich ein großer Schaden. Ich kann unmöglich zulassen, dass jemand, der in einem etwas gespannten Verhältnis so gilt, stets euch Informationen mit sich herumdrehen. Eure Wahl ist somit etwas eingeschränkt. Überlegt sie euch gut. Noch eine ausweglose Situation, das kennen wir schon. Dennoch möchten wir nichts mit euch oder euren verdammten Diebesgildes zu tun. Wahrscheinlich wollen wir jetzt kämpfen. Das ist bedauerlich. Leider wisst ihr bereits so viel über mich und die Gilde, als dass ich euch wieder von hier fortlassen könnte. Die Sicherheit fordert ihren Preis und leider ist der Preis in diesem Fall euer Leben. Äh... Stirb. Ja, auch hier ganz schnell. Erledigen. So, Dorni Maus. Ja. Nein! Och, Nira, du dumme Kuh. Wo rennst du denn hin? Ähm, einmal ganz schnell hier noch ein magisches Geschoss. Ich glaube, es wird uns gerade schon zum Verhängnis hier alles. Er ist zum Glück tot. Und verletzt Schurke. So, du kannst dich mal hier hinstellen. Ja gut, dann kämpf halt hier mit. Du nimmst bitte deine Wurfffeile wieder. Kannst mal magische Geschosse wirken. Genauso du auch. Tut mir ein bisschen leid für die Gilde. Allerdings sehe ich hier nochmal, dass ich mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten möchte, die einen direkt dann auch noch umbringen wollen. Weil wir für den gar keine Erfahrungspunkte gekriegt haben. Für den Raben mal. Welch Schande. So, einmal die Sachen hier mitgenommen. Blauer Feuerschild. Inventar. Einmal rübergegeben. Gepäck voll. Ein Lähmungsstab. Sehr schön. Kann leider auch keiner von uns so groß verwenden. Aber du kannst es mal tragen. Mal so wie die Robe hier. Ähm. Zauber übertragen. Hat sogar geklappt. Und ein Dolch plus ein. Sagt abspricht und verschwinde. Wie gesagt, eigentlich ein bisschen schade. Dass wir die Liebes-Skill hier ausrotten müssen. Mira hat Feinde gesichtet. Ach, da unten. Okay, das war witzig. Oh, haben wir den einen hier auch getötet? Das coole ist ja, dass wir jetzt hier uns mal ein bisschen umschauen können. Denn ich verschwinde jetzt. Denn ich verschwinde jetzt. So, was haben wir? Okay, das ist, äh, die Munition nehme ich hier mal einmal mit. Kugeln plus zwei. Die kann sie nämlich verwenden. Ich erwarte, ich werde mich dieser Aufgabe an. So, einmal hier reingeguckt. Ich höre zu. Hätte gedacht, dass eine Diebes-Skill wertvolle Sachen hat. Vielleicht in seinem Schreibtisch. Auch nicht. Das ist ja deprimierend. Und ich habe mir schon gedacht, dass da eine Falle ist. Auch wenn in der Kiste selber nichts drin ist. Schade. Da ist eine Treppe. Da sollten wir vielleicht nochmal gucken, ob es da wirklich runter geht. Weil wir echt die ganzen Diebe erledigt haben. Okay, eine kleine Schnappfalle. Okay, hier ist irgendwie nichts drin. Gucken wir nochmal bei der Treppe, ob man da runter kann oder nicht. Nee, aber, ach. Usam. Es tut mir leid, dass du höchstwahrscheinlich stirbst. Oh. Der hat aber 2000 Erfahrungspunkte gegeben. Das heißt, der hier war scheinbar stark. Titanit und, äh, ein, zwei kostbare Rüstungen. Ein Kurzschwer plus eins. Brauchst du jetzt nicht. Du hast nämlich schon eins plus zwei. Und eine Lederrüstung plus eins. Ja. Haben wir doch in der Folge schon mal gut was geschafft. Ja, gut. Da gucke ich noch einmal rein. Okay, nichts Wichtiges drin. Ich würde vor oben den Wachposten irgendwie höchstwahrscheinlich noch ausschalten müssen. Es soll noch weit aus, ich höre zu. Ja, komm, bitte einmal alle hier hoch. Versucht, Schritt zu halten. Ach nee, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Okay. Wollen wir auch nochmal eben in der Folge an. Warte, was ist da drin? Wurfdurch nur. 13 Gold. Wird nur in einem Schlafgemach rausgekommen. Dürfen wir hier drin rasten? Nee. Wie dumm. Zwei sind ja Betten da. Sind wir denn reingekommen? Hier? Oder da hinten? Hier sind wir auch nicht reingekommen, aber wir kommen hier schon. Wie bist denn du, Schurke? Die Einwohner können meine Finger einfach nicht so gut beschäftigen wie die Kaufläufe von außerhalb. Man sollte meinen, diese Wegellager würden über ein bisschen Berufsehre verfügen und etwas für ihre sündigen Väter in der Stadt übrig bleiben. Übrig lassen, ja, ja. So, draußen sind wir. Wir haben ja eben die Diebeskilde, ähm, ausgehoben. Dann haben wir ein Ritual in diesem komischen Zauberladen verhindert. Also alles in allem sehr ertragreich Höhenvieh. Mal schauen, was uns noch so erwartet in Baldur's Tor. Und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wie als Let's Play Baldur's geht. Und bis dahin, macht's gut!